Der neue Reform-Metrag H75 ist das Ergebnis von konsequenter Weiterentwicklung bewährter Technik und kompromisslosen Fokus auf den Nutzen für unsere Kunden. Der Metrag H75 bietet den komfortabelsten Arbeitsplatz in seiner Klasse. Die neue Kabine ist vom Fahrwerk und Motor entkoppelt und mit weniger als 75 dB angenehm leise. Die verbreitete Ganzglastüre erleichtert den Ein- und Ausstieg und die neue Klimaanlage sorgt mit der gemischten Luftzufuhr für gleichmäßige Temperaturen. Das neue Bedienkonzept schafft bei gleicher Außenabmessung der Kabine mehr Freiraum und die am Sitz befestigte Armlehne ermöglicht eine optimale Sitzposition unabhängig von der Fahrergröße. Der optionale Schwenksitz bietet maximalen Komfort am Hang. Auf der neuen, komfortablen Armlehne sind alle wichtigen Funktionen des Metrag H75 vereint. Das macht die Bedienung noch einfacher und sicherer. Alle Hebel und Schalter sind jederzeit erreichbar und können mit abgestütztem Arm bedient werden. Auf den Displays werden übersichtlich alle Informationen über den Fahrzeugzustand angezeigt. Das Radio sorgt für die Lieblingsmusik und dient als Freisprecheinrichtung oder zur Steuerung von Navigationssystemen und anderen Apps. Das Anfahren am Hang oder unter Last wird durch die serienmäßige Autoroll-Funktion erleichtert. Zum einfachen und sicheren Ankoppeln von Anbaugeräten verfügt der Metrag H75 über bewährte außenliegende Bedienelemente. Bei der gleichzeitigen Nutzung von zwei Anbaugeräten hilft die Hubwerksautomation. Das Heben und Senken der Anbaugeräte kann dabei individuell automatisiert werden. Für ein Maximum an Sicherheit im Gelände baut der Metrag H75 auf dem bewährten und weiterentwickelten Reformfahrwerk mit der bekannten Stabilität und den niedrigen Schwerpunkt auf. Die geprüfte Kabinenstabilität sorgt für maximale Sicherheit für den Fahrer. Die echte Allradlenkung ermöglicht ein sehr präzises Manövrieren auf engstem Raum und schont dabei den Boden. Um bei höheren Geschwindigkeiten ein beherrschbares Verhalten zu garantieren, wird die Maximalgeschwindigkeit bei Nutzung der Allradlenkung automatisch auf 20 kmh beschränkt. Für eine optimale Bodenanpassung sorgt die in beide Richtungen bis 15 Grad neigbare vordere Pendelachse sowie die bewährte Hundeganglenkung. Um die Nutzbarkeit für viele Jahre zu gewährleisten, ist der Metrag H75 hinsichtlich Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturtätigkeiten optimiert. Das Kühlsystem ist mit einem Wendellüfter ausgestattet, um grobe Verschmutzungen selbst zu beseitigen. Der Kühler kann ausgeklappt werden und ermöglicht zudem eine gute Zugänglichkeit zum Motorraum. Für umfassende Wartungen oder Reparaturen ist die Kabine vollständig abnehmbar. Der Hydraulikkreis für Lenkung und Antrieb ist vollständig vom Hydraulikarbeitskreis entkoppelt. So können etwaige Ölverschmutzungen aus den Anbaugeräten nicht in sensible Fahrzeugbereiche gelangen. Per Fernwartung kann auf die Telemetriedaten des Fahrzeugs zugegriffen werden, um eine rasche Fehlerdiagnose durchzuführen oder für das Flottenmanagement Fahrzeugstatus und Standort abzufragen. Um unsere Umwelt zu schonen, wird der Metrag H75 von einem sauberen Stufe 5 Dieselmotor angetrieben. Der hydrostatische Antrieb mit elektronischer Steuerung verfügt über einen hohen Wirkungsgrad. Die Abgasnachbehandlung ist direkt am Motor angebaut und bildet eine zusammenwirkende Einheit. Das Hydrauliksystem für die Anbaugeräte regelt den Ölfluss abhängig vom Lastfall und reduziert so den Treibstoffverbrauch, ebenso wie die direkt angetriebene Zapfwelle mit Grenzlastregelung, bei der im Bedarfsfall die Drehzahl konstant gehalten wird. Die mechanische Zwischenstufe ermöglicht ein schnelles und angenehmes Fahren auf der Straße bei niedriger Motordrehzahl. Reform Metrag H75 – das Ergebnis aus über 110 Jahren Erfahrung.